So meine Freunde der Sonne, Willkommen zurück zu einer tollen Runde Rocket Plays, aber etwas anders, wie man das hier schriegt. Sieht auf jeden Fall gut aus. Er hat jetzt Pinball. Runde Pinball. So im Modus bei Rocket League. Wir haben zwei Euro in unseren PC eingeworfen, zu flippern. Ja, genau. Ist ja aber ganz schön teuer, der Pinball-Automaten. Oh Gott, ist ja klein. Wie Jan Rich Frans, weißt du? Hier nochmal, was hat der denn? Ballgröße klein, Ballvorstecker hoch, Geschwindigkeit schnell. Oh, nice. Rocket Plays! Wenigstens mal ohne dieses verdammte Friendly Fire zu zerstören. Hoffentlich, ne? Mein Spaß ist sich eingeschleppt. Alter, wie klein der Ball ist! Alter! Alter! Warte! 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 Man kann voll den krassen Rückwärtshaltung machen, wenn man gerade aussieht und einfach doppelt springen nach hinten macht. Und so gerückt hält er weiter. Oh! Krieger! Je! Warte! 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 Mö, keine Ahnung! Das wird nicht mehr so rasiert werden. Ne, ne? Keine Ahnung! Ja, wer weggemacht! Ja, einer fehlt leider von uns. Da sind nur 3 gegen 2! Paul! Paul! Aber wir müssen unbedingt diesen Modus zeigen! Cool, der Noob im Team mit den 2 Leuten! Ja! Ist so, warum bin ich ein! Oh noi! Ja, jetzt! Ok Shit! Treff ich den nie im Leben. Wow. Ich wär einfach in. Fuck. Aber hiervon werden wir ganz viel bringen. Ja, ganz, ganz viel. Aber wir sprechen nicht unbedingt von Pinball dem Modus, sondern auch eigene. Genau, eigene Spielmodi und eigene Spielmodi und eigene Spielmodi. Ganze Scheiße kann man aber einstellen, ne? Naja, vielleicht auch eigene Spielmodi, man weiß es nicht. Ja, ich weiß es nicht. Ja, nicht so, oder? Ich bin ja nicht der früher. Ne, ich auch nicht. Lass mal lieber noch mehr eigene Spielmodi bringen. Ich bringe mir auch Videos für, wo du den Oma rasieren und so. Was? What the fuck? Was ist das? Ne, ich hör den gar nicht mehr zu. Wenn der redet, schau ich meinen Brainer. Ah, ey. What the fuck? Irgendwie bin ich schon ein bisschen an die andere Spielweise gewöhnt vorhin mit dem ganz halt diesem super schnellen Boosten. Ja. Das war auch lustig. What the fuck, ey. Oli. Oh, Oli. Schnell, ey. Oh, Oli. Oh, dann ist mir Oli wie Heinigs Mutter. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Ich brauche hier ein paar Verteidiger. Das wird gar nicht, oder? Oh, das war schon. WTF ist das hier, ey. Wo war ich nicht? Ne, du dachtest, du kannst mich das stören, ne? Nein, nein, ich hab gedreht. Also ich hatte ja nicht mehr Booster an. Ja, genau. wenn ich zerstören will, dann zerstöre ich. Wenn der Ball ist. Wenn du nur einmal den Booster tippen musst, dann fangt bitte so weit. Nein. Wat? Ähm. Leg. Ähm. Ja, 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 bestimmt. Da kam eklig der Ball. Eklig. Irgendwann versteht mich der Kai. Oh shit. Ups. Ähm. Nochmal Leg. Treff diesen scheiß kleinen Ball einfach nicht. Der kleine Ball. Der kleine Olli. Das wäre bestimmt schön immer, wenn das jetzt zum Beispiel ein, ich weiß nicht, quadratischer Ball wäre. Halt. Ich hasse den Spielmodus. Ist auch abgab. Ach. Ja. Balancing Spaß. Ollo! Alter. Der fasst nochmal gegen Klitsch. Was n Ding, du. Ja. Es gibt definitiv. Spaß hier. Ja. Was gibt's jetzt? Ja. Wichser. Da ist ein Abprall auf ganz hoch. Ja. Ist Abprall auf ganz hoch. Allein ich will das hier mit. Oh shit. Mit der Schnelligkeit. Ohne hier super schnellen Boost. Und mit nem quadratischen Ball. Hm. Das wär... Scheiß. Totale Randomness. Ich werd dran kommen. Mist ich bin dran gekriegt. Oh, weiß ich nicht. Neck da. Oha. 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 Wie schnell der gewesen wäre, Alter. Was glaubst du wie krass die Pressbälle sind? Weiß nicht. Weiß ich nicht. 100 Euro bestimmt. Ach, verdammt. 100 Euro. Oha. Hat lang geblieben, Rutz, ne? Was? Was denn? Das ist nichts. Was denn? Sag mal. Hab ich nicht verstanden. Benutzt das sowieso auf, also. Dann könntest du es ja später nochmal anhören. Ja, wir haben einen Zuschauer. Das heißt, dann liken wir unser Video, Moritz. Ich hab irgendwo was vom Bruchen verstanden. Ja, ja. Boah, das war sexuell. Sexuell kacke. Sexuell. So wie ich. Ne, das war's nicht. Sexuell disorientiert. So, jetzt nutze ich erstmal mein Nasenspray und mach da natürlich nichts anderes. Oh. Nichts anderes als Nasenspray zu benutzen. Gute Idee. Ich benutze mein Lungenspray. Hm, die Gegner haben wir aufgegeben. Ja, das ist wirklich das Zeichen, dass wir fertig haben. Was wir aufgegeben? Zerstört sie. Das ist zumindest bei mir bei LOL immer so. Ja. Ich weiß, das ändert nichts mehr am Spielende. Dann denk ich mir so, dann denk ich mir so, meine Mates spiele wie Flasche leer. Ich habe fertig. Das sind dann meine Gedanken. Nein, du Monster. Ja, was? Du Monster. Der hat den Ball, glaub ich, noch keinmal berührt. Okay, warte, warte. Dann alles mal langsam. Ja. Oh. Der hat wirklich 0 Punkte, der Junge. Was ist denn mit dem? Hey, der Wille zählt. Ja. Chris, 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 komm, stattdessen noch ein paar Sekunden. Nein, vorbei. Chris, Chris, doch. Ich hab dir bald verholt. Ich hab dir bald verholt. Easy. Oh, ne fucker. Also, Kapitel und Briegel noch eine Runde, oder mit einem anderen Modi, würde ich sagen. Willkommen zurück. Hallo. Hallo. Neuer Modus. Neues Glück. Oh, ich bin Janik. Oh, ich hab jetzt mal nix. Ich hab jetzt mal alles aufbauen. Maximal Zerstörung hier. Mach du mal. Ich guck mir kurz an, was es gibt. Superschnell. Würfel. Oh, Mann. Alter, würdest du mich verarschen? Ja. Das nicht. Schwerkraft niedrig, ne? Leute. Ich treff den. Ich treff den. Ich hab bloß getroffen. Bitte. Bitte. Nee, der gibt nicht, oder? Oh. Dead safe. Das ist so schön. Okay. Über das ganze Feld geflogen. Ja, ich auch. Oh, verdammt. Ich schlieg hier einfach runter. Oh, ja. Keil. Oh, Gott. Oh, nein. Janik, hab schon das gesehen. Er kam gerade in der Lok wie so ein Helikopter. Wie ihr am Fliegen seid, Alter. Das ist so geil. Oh, alles gut. Gut. Wenn jetzt, ich glaub das nächste Mal mach ich noch unbegrenzt. Dann. Hör mich drauf nicht. Dann kannst du die ganze Zeit fliegen, ey. Ich flieg's unbegrenzt. Ah, jetzt auf. Du kannst schnell den Ball an. Du hast achtet, wieder Aufladung gibt es. Nein. Wack, 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 da. Mann, man zieht sich wieder auf den Ball, wenn man vom Ball abhebt. Nein. Alter, ich hab alles unkontrolliert worden. Ah. Verstauerte Berührung. Ah, ich dachte, der Ball nicht. Keine Sorge, Leute. Die Spiegel übers Feld. Sehr gut. Alter. Ich hab nochmal. Ups. Hab ich. Ups. Obwohl ich ein Eigentor machen wollte. Ach, du hast aber Glück gehabt. Oh, du hast. 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 Ich spiegel. Wie man sich einfach gegenseitig hart kaputt macht. Ja. 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 Lange mal unten. Wir haben geflogen. Ja, dann flieg doch einfach nach unten. Ich hab' den Boost die ganze Zeit dann. Oh. Oh, du darfst das Ding wirklich schon ganz leicht antippen. Oh, du. Oh, du. Oh, du. Oh, der fliegt. So behindert. Nein. Geht der? Ist mir wohl kein Tor gefallen. Nein. Ja, wie denn auch? Oh, Schatz. Nein. Was ist denn Dreck, Alter? Das wird voll lustig. No, Loll, Wolli, es wird mal. Oh, Fall. Oh, Fall. Der geht, oder? Nein. Teil doch, der ist auf dem besten Weg. Oli, 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 Oli ist da. Oli, ja. Nein, bitte. Nein. Oh, schön, ja, nicht. Nein. Das ist für Seele. Oh, ich hab' den. Das ist für Seele. Oh, ich hab' den. Ich hab' den. Oh, ich hab' den. Tschüss. Ja. Nein. 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 Ich hab' den. Oh, ich bin grad unerstört. Du warst hier noch weg, war du weg? Äh, ja. Okay, warte, ich komm' noch mal. Ui! Äh. Ja. Äh, okay. Ähm. Ich glaub' sehr schnell. Ja. Akku, ich dich genommen mal bitte. Tack. Boom. Ich stell' das so ein Stück. warte ja wie bei Star Wars so ja man oh lol nein der geht der ist drüber gehüpft nein er ist zerstört jawohl das war so knapp ja wie jung ist das ist schnell ja guck mal wie knapp nicht zurück ich soll jetzt aber vorgefahren wie der einfach vom Tor stehen bleibt geile ohne Witz zieht ausrasten piu keiner wurde zerstört, ist ja ungerohnt ja ey du musst direkt geändert werden nein beide ballern vorbei wie das aussieht wie das aussieht du verraschst immer diese pum immer diese Kurve nach oben vor allem wie man einfach so einen Haken in der Luft schlagen kann ja ja man nein wer war das sorry ich wusste nicht die Anzeige ist raus naja unsere Aufgabe Aua einfach auf den Mann was ist es alter warte 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 johl direkt befreundet alter wie man einfach wenn man so an der Hand hin und dann einmal so boostet wie man direkt einfach wegfliegt das ist voll schwer zu kontrollieren man ja ja du bist so ein Idioten Loot ne bist so ein Loot ganz richtig super Aua warum ja weil ich ganz nur was was du machen wollte so ein Idiot ja ich wollte dich zerstören ja richtig hast du verkack'n da ich hab dich nur so ich hab dich nur gestriffen ja trotzdem hast du dafür ein Tor kassiert ja ja ich hätte ihn so nicht bekommen Aua Alter wie man einfach in der Luft fahren kann so Juhuuu hehehe ich kann nicht an mir schließen man alle höll geil hehehe er hat gewonnen gut dann würde ich sagen das war's von dieser Runde Rocket Plays ne haut da rein Leute Ciao Tschüss Tschüss Tschüss